ja und dann geht es jetzt weiter in der Welt von The Walking Dead und so und um Kontroller falsch um da brauchen wir noch zwei Leute für ok das haben wir alles gelesen müssen wir eigentlich wieder auf Tour gehen alles gut und bei dir immer noch mal dahin wo ist denn die schöne Machete die ich gestern eingesammelt habe die war so geil hallo ach so ich habe greats da fehlen noch zwei ach den haben wir schon drin zack Moment so da hin so da hin warum kann ich die nicht da drauf tun da ok dahin 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 so man 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 die wenn da alles drin naja gut ich gehe schon wieder zurück nach Räte war so schön ich gehe mal mit mir schon Ohne. Das steht eigentlich richtig. Grab whatever you can before the herd catches up. We'll meet you at the rendezvous point. Scavenge anything nearby. The van will be on its way soon. No one could pass through here until a couple of days ago. That means there should still be some supplies inside. We don't find anything here? This looks right. Hazel will know for sure. No. I suggest you strap down all available sundries and prepare for immediate extraction. Our window for safe passage is shut and fast. Be sure to check inside. The interiors haven't been searched. Whoa! Da hinten kommt ja noch einer. This stuff works. The recently young deceased are headed your way. Just be prepared. So. Wurde ja fast knapp. Hier haben wir nix drin. We're halfway to rendezvous. What? We're halfway to rendezvous. We're halfway to rendezvous. 격 some. I need some but I can save the rest. Wee! So, mach jetzt mal bitte Tor auf. Ui, jetzt sind wir zu viele. Ja, komm hier. Das war ja klar, was du jetzt da hinten aufmachst. Ich komm hier. Ja, jawoll, abgeschlossen. Jawoll, ich mach mal einen wieder. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch einen. Brauchen wir noch zwölf, nee, bis bitte. Ah, neuer Punkt, wo wir sammeln können, sehr schön. Neue Location, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Einen brauchen wir noch. A home at least, at last. Materials attached. Alexandra Consil, I've only been here a couple hours. But wow, a lot of people outside these walls dreams of what you've made here. I'll do my best to help out. Anything for the folks who saved my life. This is everything I had before you found me. Make sure you use it well, Eduardo. Yes. Oh, ha, 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 da brauchen wir noch tierisch. Da, jetzt könnten wir das letzte Upgrade machen. Ui! Ja, ja, ich seh's. Drei Stück sogar direkt. Voice of God. Mikrofon found in the toolbox. Oh, und da gibt's Wasser und, was ist das? Verband. Säge. Uh. Oh. Oh, 54 mal leben. Äh, fressen. Woah. Gibt's ja überall, oder? Ne, hier ist weniger. Downtown. Outskirts. Oh. Oh. Supply Weight. Supply Weight. Und Bonefields. Supply Evac... 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 Oh. Probieren die mal aus. So, jetzt wartet mal eben. Ist... Upgrades. Select an upgrade. So. Ja, jetzt... Ja, jetzt... Uh. Ach so. Upgrade. Uh. Magazin. For the heavy petrol. Giving you more wounds to fire before you need to reload. Keep the shots falling. Add Cooper tips to the wounds of your pencil. Allow each shot to pierce through the walker to the one behind it. Oh. Stärkere Kugeln. Die können den Kopf durchschlagen und den dahinter auch noch umbringen. Ach du mein. Warte. Kann man denn hier machen. A knife grants a 30% chance to stun a walker during an attack slowing them down for 3 seconds. Grant a knife to ability to steal some life back. Change to heal when killing a choked girl. 15% chance um 15 APZ wieder zu bekommen. Just ride. Jo. I'm upgraded. So. Oh. Könnten wir mal noch. Da fehlt noch. Da fehlt noch. Da fehlt überall. So. Nix ausladen. Hey. We find Lobster. I got Dibs. Ja. Oh. Da gehen wir halt zurück. Neue Location. Ja doe. Ja. Ja. Ich hab auch hier. Das ist Antonio. Du musst. We gotta move fast. Find any loose supplies before Evac. Eugene will call you soon. If we don't find anything, there are other places to check. But we can't go far. I would tell you not to do anything I wouldn't attempt to do myself. We might be able to reach more people than this. Maybe that communications part is here. We definitely need it. The vehicle might be very well coming in hot. I suggest you take your remaining time and prepare for a showdown. You can do this. Just hold out. If you can't find any supplies outside, check deeper in. You... Well... I haven't seen anything yet, my friend. There is a large group of deceased headed in your direction. Protecting the supplies. We'll get out easy. Ja. Jetzt nimm doch. Dann halt nicht. Nein. Wai! Another walker on me! We're halfway on the walker. I'm impressed by your continued survival and highly supported. wo muss ich denn hier hin um rauszukommen könnte hier mal bitte jemanden tor aufmachen kommen wo denn time left 39 sekunden 16 sekunden noch so jetzt bin ich erstmal Seuf. Fünf. Left. Da hinten. Oh, war ja klar. Boah, geschafft. Boah. Ne geile Location, aber auch. Leck, Ufer noch. Hals, hals, hals. 18 Mal essen. Joah. Zack. Dimitri. Ja, das ist ja schön. Check die Community Board. Machen wir. So, fahr. Das war zwar jetzt nicht die Welt, aber... Immerhin. Oh, da meine Yelts. Ah, Gwong Depp. More help from an old friend. Materialien. Rick, I got your letter. We can spare more supplies for Alexandria, but Georgia has started to complain that we aren't getting anything that I can handle him, but it would be nice to know that Hilltop can benefit from this exchange, too. Let me know if you have any ideas. Otherwise, you owe me on Maggie. Woah, woah. Was ist das denn jetzt? Also, Fieberglas haben wir noch keins. Ja, man, naja. Brauchen wir hier auch nicht. Wasser brauchen wir noch. Ich hab doch da was eingesammelt. So, dann gucken wir uns mal Chapter 3 an. Ähm, das bleibt alles drin. Ähm, das bleibt alles drin. Okay. You know what happens if we don't move forward together. You ain't hearin' me. Yeah. I'm just tryin' to make the right call here. Alright. Now keep listening. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, 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 ja. Der Wibbetol. Das Kaninchen noch. Ja, ja, ja. Ich bin ja auf der Widerdeck, als ich die Quarantin-Zone gesehen habe. Ja, ja, ja. Die Stadt war veröffentlicht, also ich habe angefangen, zu schauen, um ein Weg in zu drinnen. Ein bisschen wirklich was hat sich geschaut. Ja, ja, ja. Ich wusste, dass ich diese Maschette brauchte. Ja, ja, ja. Eine Maschette. Was war da drin? Ein Massaker. Oh oh. Nur um sicher zu gehen. Oh oh. Geil. Find a way into White Oak. Mein Kopfhörer verrutscht gerade. Augenblick. Ich will eigentlich genau so in den Kopf rein. Oh oh. Oh oh oh. So jetzt können wir hier erstmal einsammeln. Sehe ich irgendwo eigentlich mal, wieviel Leben ich noch hab. Ah, mitnehmen. Sacht einsammeln. Das ist nicht. Das ist nicht mehr. Okay. Someone had to crack the quarantine wide open. Ha ha. Da hinten kommen wieder welche. Wird er mal zum Schrauschen? Okay. Lass mich hier... Kommt hier mal nachher. Ja du bist ein ganz eiliger mein Freund 157 Leben haben wir noch. Wie viele seid ihr denn noch? So. Einer nach dem anderen bitte. So. 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 Was ist das eine? Ein bisschen Gemeinschaft hat da. Wollen sie sich nicht mehr verraten. Genau. Und das ist Why, dass wir uns selbst nicht offen sein können. Sie hatten die Begründung. Das hat nichts verändert. Scheiße. Halt den Club gedrückt. 104 nur noch. Okay. 164. Sehr schön. Da kommt ja noch einer. Da kann man nichts mitnehmen. Aber ja klar, dass hier auch welche sind. Die Tür kriegst du so nicht mehr zu. Dann komm mal her. Okay, da wären wir auch rausgekommen. Okay. 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 Das musste sein, ich sah aus wie mein Ex-Vorf. Ist da noch nichts mehr? Ich hätte euch fast übersehen. Das war's für mich. Scheiße, lass mich hier mal weggeben. Sag mal, willst du mich verarschen hier? Nein. Dann jetzt wieder mit der Gutmachete. Ups. Scheiß Schlaufe vom Controller. Weegrad. So, die laufen jetzt alle da hinten rum. Sollte ja jetzt hier frei sein. Da war eine zweite Gange mit Kontrollen auf der outside. Wahrscheinlich ist es, um die Leute zu halten. Ich versuchte es, aber keine Macht. Wie hat der Fahrer in den Insel? Die muss er seine eigenen Weg in. Die Gange muss er aufbauen. Das war ja klar. Wie toll. Du bleibst liegen, ja? Dreh dich! Dreh dich! Dreh dich! Wieso habe ich denn einen Hammer in der Hand? Dreh dich! 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 Warum hat er jetzt schon mal aufgemacht? Shit. Haben wir hier zwei Ringelpies mehr anfassen oder was? So, jetzt nicht mehr. Ui, ui, ui. Sehr schön. Hallo. Ich tu open. Falsche Seite. Bleibs liegen scheinbar. Schöpfe. 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 Echt keiner da. Du? Bleibs liegen. Gut. Hammer. Schöpfe. 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 noch ein bisschen nach hier locken dass sie nicht alle auf einmal kommen bitte noch meine ich einer ist kaputt wer ist going in der Verstiftung? wer ist going in der Verstiftung? whoever attacked took the military out too some walkers still have full gear on them oh got lucky it's all better going up ahead wo kommst du denn jetzt gerade her? ah ah oh 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 aber ich glaube langsam geht es zur neige aber viele durften hier jetzt eigentlich auch nicht mehr sein es ist ein weiter oh oh Oh. Ich weiß nicht, dass ich ihn überrascht habe. Wenn jemand den Ausstrahl unterbaut, dann können wir uns nachher kommen. Sie schreien? Sie wollen nicht. Die Kriegung ist vorbei. Sie wissen nicht. Sie wissen nicht. Dammit. Ich glaube, ich glaube. Trust me. Das muss man gut kommen, ne? Ja. Ich werde es brauchen. Nein, wo sind mein Messer hin? Moment mal So Gut Boah, Schlaraffenland. Boah, das hat sich ja gelohnt hier rein zu gehen. Ah, da ist einer. Mein Freund. Komm her. Uiuiuiuiuiui. Ich hatte mir fast so gedacht, dass da einer aufsteht. Komm her. Warte, hier sind alle drei aufgestanden. So, da können wir eigentlich die neue Pistole mal ausprobieren hier. Na ja, keine Munition dafür. Oh, wie viel seid ihr noch? Nur du? Oh, zumindest nachladen. Wie sieht das drunten aus? Ist nachgeladen. Okay. Zack, zack. Du bleibst liegen. Ich höre einen. Und zwar, ich meine von da. Da ist nichts drin. Da hinten kommen sie. Ah, da kommen noch eine ganze Wander. Vier Stück. Wie gesagt, ich hätte gerne eine kleine Lebensanzeige. Fünf. Alles klar. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Ah, bist du schnell? Langsam geht es ja auch mit dem Schießen, zwar sehr langsam, aber es geht. Hier ist wieder was. Da scheint es weiterzugehen. Ah, kann ich nicht. Das ist so cool gemacht. Das ist so cool gemacht, das Game. Kommt mal hier, falls die anderen da aufstehen, will ich die nicht gerade direkt neben mir haben. Ach so, erst mal nachladen. Das zeigt doch Grün an. Jetzt sind die erstmal auseinander. Zack, das war dann der erste. Zack. Zack. Nummer zwei. Zack. Das ist auch Nummer drei. Okay. Wir holen uns jetzt den Supplies hier. Ich wusste doch. Ich wusste es doch. Ich wusste es ja, ne? Ja, komm hier. 174 Leben noch. Wow. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. ja 180 wieder voll ist das geil ist das geil moment mal liegt da noch was und dahinten ging es doch noch weiter ich habe ihm gesagt bevor wir das zu place liegen lassen wollte ich gerade sagen nee Ja! Wuh! Ja! Wuh! Kann ich euch irgendwie hier locken? Hoho! Guckt euch das an! Kommt noch einer hier! Ja! Jetzt hätte ich gern eine Handgranate. Bums! Oh! Einer! Kommt mal hier! Kommt mal hier! Meine Süßen! Ich hoffe jetzt mal nicht, die ich da eben so gelockt habe. Warten da hinten noch! Oh! Wieder einer weniger! Oh oh! Juhu! Oh. Juhu! 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 Und wir gehen weiter. Das war nicht so wie geplant. Oh je, komm, geh doch durch. Oh, was auch immer das White Oak once war, gab es nicht mehr zurück. Durch. Wir haben Kapitel 3 geschafft. Jawohl. Oh, wunderbar. Da war ja richtig abgeräumt. Machete. Und die Würstpistole. Jawohl. Oh, komm. Sehr schön. Community Letter wieder. Ja. Wie viele brauchen wir jetzt? Noch drei. Der Forge Master. Saved Julia. Thanks for saving me. Sorry again about shooting at the scout. Figured you make... Being bandit, survivors or worse. Not many people doing right by others anymore. I used to make metal sculptures. Maybe I can fire up a forge around here and put those skills to work. Seen any garages with half-descent ventilation. Okay. Oh, da war mein Robert. Find a transceiver. Wow, I surprised you managed to find a transceiver in such good condition. Maybe my terra salt for good has dropped a bit. Either way, we are always seeing the benefits roll in. Hiltop, Sanctuary and Oceanside may be able to boost their systems too, eventually. Wherever those places are. Was? Wherever those places are. Thank for your help. Cheers, Ruhl. Remember that project I made on it. I was thinking we could upgrade our communication system so we can crawl out to survivors. Maybe even the other communists. If you can find me an old portable radio I might be able to salvage the transceiver and improve things around there. Keep an eye out for one and any toolboxes you see. Alles klar. Undergrowth. Find seed packets for hazel. Rick, the batches of seeds you guys brought back is perfect. Plenty of variety and enough to get us to a season or two. Well, start planting today. Rick, I'm not a professional or anything but your farming situation around here is bad. One of the seeds origin is trying to grow as an old breath mind. If you want to restart things on the right food, we'll need real seeds. Find some old seeds packets and we'll be farming in no time. I heard a local gang was moving their supplies of seeds in colors. Try looking there. Alles klar. Und Voices of God. Feine Mikrofone. Das haben wir ja gefunden. Thanks for that, Mike. We've got hooked into the system and it's working. Scouts were able to bring back some goods after their last one. It saved them so much time. Eugen's still trying to fix the old one, but I doubt that thing will ever come back online. I don't mind most of the old Tesh origin has gathered, but a few leave a lot to be desired. As in I desired entirely new version of them. Jokes aside, that rusty mic hooked into our radius almost got someone killed. Could you bring back a replacement? I'll probably be in an old toolbox, just like the transceiver. So. Aha. Noch eins finden. Das ist Quedits. Okay. Fehlen noch eins. Aber das ist schon weit näher gekommen. Okay. Okay. Da fehlen nur noch die Schrauben und so. Okay. Okay. You want to talk about it? Whatever Daryl told you? Not right now. Das ist die Machete. Ja. Juhu. Be careful. Don't get distracted out there. Okay. So I have to do it. I can do it. Could work through all moored walkers with the Machete, putting them into the ground, like the West. Aha. Stärker. oder Killing a walker with a martin it has a change to immediately range 8 or absence brings awe at hands of this body ok naja ist jetzt nicht alles nicht so in der Burner die damage to armor walkers outfitte heavy pistol military upgrade armor piecing one to deal with the US medals aha ok der durchschlägt dann auch Panzerung von den Soldaten attach a laser sight take to the heavy uuuuuh deal more damage with the lever rifle pie augment it to juice gun power in every wound they wish they had this one in the old west oh dann brauchst du glaub ich nicht nachladen also nicht jetzt mal die blut machen zehn stück hm das werde ich mir noch überlegen ob wir das machen ja ich weiß da noch zwei stück aber das werden ja mal weniger das machen wir erst beim nächsten mal meine freunde ich bedanke mich für euer interesse fürs dabei sein jetzt gerade live auf twitch auch wenn ich aufgrund der vr brille gar nichts davon mitgekriegt habe ja und später auf youtube bedanke mich für euer interesse wie gesagt und hoffe es hat euch gefallen wenn ja ihr wisst gebt mir ein like gebt mir einen kommentar und wer gar nichts mehr verpassen möchte darf gerne abonnieren oder aber auch die glocke dann an machen ja dann sage ich nur noch hallo bitte jetzt hier winke winke und goodbye euer dein Aiden Kroft das ist das ist das ist das ist das ist así